einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück zu the isle in diesem video habe ich mir den lieben magnus geschnappt und wir beide haben kano taurus gespielt und als wir beide addelt waren haben wir uns auf die suche nach gegebenenfalls leichter beute oder auch schwerer beute gemacht also wir wollten einfach so ein bisschen kämpfen bisschen ausprobieren und versuchen ja auch mal den ein oder anderen größeren saurier zu erlegen und wie das ganze ausgegangen ist und ob wir erfolgreich waren das seht ihr jetzt hier vor uns sind so kleine sachen sind das kraftoren oder was die kleine ich glaube drei aus oder so hier let's go das ist zu schlagen rechts nach ja ja da liegt auch schon was totes wir dürfen nicht da liegt was totes ist das ist das die nächsten sind das für tiere trios netten velociraptor kann das sein aber hält ich habe keine ahnung wo die großen kommen da hinten die stand die und da kommt auch irgendwas anderes noch ich glaube dass wir uns nicht angreifen ich glaube ich bin nicht so gut dass wir daran essen ich glaube wir sollten nicht verschwinden ja das ist ein paar rad der hier liegt okay ich geh auf ich bin auch voll ich bin noch nicht voll aber ich hoffe wir sollten noch mal nach oben gehen und gucken zu beobachten na gut wir hätten eh nicht angreifen können aber die konnten auch nicht verteidigen zum glück ich will da hinten eigentlich den trik holen das ist ja auch das arme kind was du jetzt von eltern aber ich weiß jetzt nicht wie es ist das essen ist eigentlich ziemlich weit weg von dem ne eben wollen wir zum schlagen wollen wir in den wald uns zu nicken lassen sie rechts über den berg gehen dass sie uns nicht sehen weil ich glaube diesen primates und dann über den wald den angreifen das klingt dann guten plan oder aber keine ahnung wie stark der ist aber der ist relativ klein also ich gehe davon aus dass man nichts kann von mir hier schon runter ja aber in den wald und einfach drauf jeden fall sehen die uns links da läuft er voll drauf ja und das ist nicht gewissen ich habe nicht gewissen ich glaube schon der macht mich er hat mir übel schaden gemacht was los bei dem ja hier dann verschwinde erst mal oder hinten die beiden auch schon ich glaube die sind alarmiert glaubt du kriegst ihn ja ich habe mega den großen wendex weil er mich noch nicht einmal getroffen oder er kann sich auf der stelle drehen warum oder kommt schon hilfe für den das mit ihm was anderes ein puffy oder so die anderen kommen auch oder so wie die bölken ja 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 ich muss aber verschwinden der große kommt ja die kommen ja nicht hoch alles die verteidigen den auf jeden fall der hat aber schon gut geblutet du darfst du darfst nicht stehen bleiben und das eins gegen eins duell nehmen du musst wirklich deine geschwindigkeit nutzen ich glaube das war echt ein fehler weil du hast ja halt einfach du dachtest du besiegst ihn so ne ja ich dachte easy digga so klein wie der ist dann chillen die sich extra ineinander ne ja ja damit wir nichts machen können ich hab neun blut every three seconds aber er steht zumindest hier survive oder kommt der andere große auch noch bei ja ich will verlief da unten noch weiter irgendwas kleineres rum das ist eigentlich echt geil hier für fleischfresser ja das paradies diese großen sind halt echt ein probleme gegen die können wir nichts machen die run-shotten uns glaube ich ja und ich habe mehr blut beim bildschirm bekommen echt du musst bleiben du musst liegen bleiben ich bringe jetzt aufzustehen wie viel blut tropfen hast du denn ja gleich wie er sich hat schon weniger eigentlich bekommen jetzt aber du hast du einen blut tropfen unten angezeigt und rechts nee zwei das mache ich ok ist das schlecht nee drei ist glaube ich erst schlecht was war da totes unten erkennt man das noch nie oder das ist schon voll nee 78 spieler sind drauf ich glaube wir rengen aber sogar wenn wir einfach normal laufen ich kann nicht angreifen dürfen sollte ich nur verscheuchen glaube ich was ist denn das ein rex oder sowas ne rex oder diese mischung was die meinten gestern nicht ganz ausgewachsen auf jeden fall ich glaube der hat da gelungert na das war sein wer wollte den gleich angreifen wenn wir den smart angreifen könnten wir es schaffen oder ich kann es versuchen du jetzt was sagen wir müssen den halt aus tricksen ausdauer voll machen und dann geht's los oh oh hier liegt es totes vorne ist irgendwo da unten im wasser ja und der andere die vorne weil ich hängt fest der andere kommt zu dir gerannt ich bin nach hinten weg wo ist der ich bin jetzt hier hinten hoch wo ich grad bin kommst du nicht hoch ich komm nicht hoch aber hier war auch noch der andere naja die haben hier ein nest auf jeden fall ich verfolge ihn gerade ja ich komm mit wo ist denn ich bin nicht gehittert oh der springt da wieder runter zu seinem nest wir wollen uns austricksen weil die können springen wir nicht ja 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 weil wenn du auf die andere seite des flusses gehst du nicht hier können wir ihn vielleicht holen oh du hast ihn fast getroffen er ruft seinen anderen gleich rüber kommt zu dir hier ist irgendwo noch was wir müssen auf größeres aufpassen und die hin ich weiß es nicht hinter uns hat was geschrieben hier irgendwo ne aber keine auszunehmen wir könnten uns irgendwo im busch bei dem nest legen ja aber die werden wir uns jetzt gerade beobachten die ganze zeit denn dann müssen wir uns erstmal verpissen wieder und dann anschleichen komm wir gehen erstmal weg ich bin gleich über den ich sehe einen der ist ziemlich nah bei dir auf der ebene echt? hm also ich denke mal der hat mich safe gesehen weil ich so auffällig hier oben rumlaufe ne man sieht dich nicht ist mega nebelig wo ist denn der? kannst du das beschreiben ungefähr? direkt voraus der geht grad zum nest runter er chillt auf der ebene siehst du ihn? ne leider nicht siehst du ihn denn nicht? ich hab ihn getroffen wo ist sein maid? vielleicht chillt sein maid hier im wasser der hat hier eben auch gechillt im wasser jetzt können wir erst mal was zu fressen Ziel erfüllt würde ich mal sagen ne? Familie mal wieder ausgerottet das familienglück ist vorbei ich komm nicht hoch wollen wir jetzt gleich was größeres suchen oder gegen campen? gerne hier sind Fußabdrücke bei mir ja groß liegt was greif es an das ist ein Kano ja jetzt wird es Kano gegen Kano gefaltet würde ich sagen die man hat selbst voll ausdauen wir nicht pass auf das sind zwei ich blute pass auf sie sind beide hinter dir der andere ist hinter dir noch der eine blutet auch schon aber ja mach ihn tot der andere ist hinter dir sei vorsichtig das Ding ist ich bin genau gleich schnell wie der das ist echt problematisch ich bin auch noch hinter euch der läuft dir die ganze hinterher pass auf der andere ich blute jetzt auch eins der rechte blutet oder was? ja der hier den gebissen nochmal blute auch ne aber nicht doll ja der hier blutet glaube ich heftiger ja dann müssen wir erst den der will den jetzt verteidigen der ist wieder hinter dir ja ja ich weiß der beiß dich die ganze Zeit du musst abdringen glaube ich ja ja oh da ist noch was? oh da ist noch ein Blitter oh mein Gott hier auf den hinter dir wir müssen den hier hinten holen jetzt ja der schon blutet ich glaube das wars für mich seh ich ich seh schwarz für mich hier am Diffelausdauer der eine flüchtet in den Wald hier hinten ja den müssen wir fokussen pass auf der eine ist die ganze Zeit hinter dir ne naja der eine hat sich hingelegt bei mir in der Nähe schnell drauf ich weiß nicht wo er ist der sich in den Wald gelegt oder was? ja wollen wir flüchten? oh jetzt andere bei mir flüchte sonst oh jetzt sind beide bei mir ich geh wieder schnell weg man sieht den Wald halt auch absolut nichts ne? ja flüchte wenn du es schaffst ich hab mich hingelegt im Wald soll ich mich auch erstmal verstecken und hinlegen? ja ich blute auch die ganze Zeit du bist ein bisschen näher dran an denen ne? ich renne noch grad ein bisschen weiter weg scheiße ist die zu dritt sind ne? ich bin aber nicht doll verletzt ich hab nur ein Bluttropfen und du? ich hab zwei aber der andere verfolgt mich wieder echt? und ich häng am Baum fest das war's für mich oh nein oder? na ich komme ich bin auch dahinter ich hab keine Ausdauer mehr ich sag schon wieder ein Baum Digga wir fokussen nicht zu zweit ich hab zwar vielleicht keine Ausdauer mehr oh du musst wegrennen renn weg wenn du keine Ausdauer hast ok ok er schreit um Hilfe ja ne er schreit genau damit die ihn hören ich lauf weg versteck dich versteck dich renn weiter weg du hast so ne auffällige Farbe ne? ich häng fest ich häng am Baum ey diese dieses gehakel am Baum ne? wollen wir uns hier reinlegen in den Wald? ja ich blute nicht mehr ich brauch aber auch Ausdauer boah Kano gegen Kano ist übel ey ich hab zwei Bluttropfen weil eine war so low ne? ich hab den Lock auf viermal gebildet und auf fünfmal die fressen da auch was ne? ja die fressen glaube ich und da knurrt auch was jo rauf was liegt? oh leil das ist noch irgendwas größeres ich schleich da hin jetzt und guck an was das ist ich fress kurz alter was ist das? gar kein Bock auf uns meinst du das hat uns gehört? schleich auf ne? bestimmt die Eltern von dem Ding ich weiß nicht aber es war so ein mega kleines Ding ja war wieder so ein der Baum wieder so dicht im 3 oder so glaube ich in dem Raum und jetzt war ein Fleischfresser und der hat den Ava glaube ich gejagt ne? ja alter ich hör ihn essen und atmen oder sonst auch irgendwas Gott ich glaub der ist hinter den Tannennadeln bei mir alter ist das wie ein Horrorfilm mein Bildschirm ist blutig die hängt vor mir bist du bei mir? hinter dir ja ich warte kurz auf dich ich bin direkt hinter dir es ist ein Kanu es sind die von eben ich glaube ich kann die ganze Zeit beißen ich weiß es nicht genau wir sollten abhauen das hat keinen Sinn wir haben einen guten Hit gegeben ich hab ihn auch eingehitten nochmal gehittet ich komm zu dir denn wir halten den bei dir ne ne das hat keinen Sinn wir müssen abhauen echt? ja wir sehen nix du kommst niemals hinterher wenn die weg wollen kommen die weg und ich hab nicht so viel Ausdauer weißt du? die sind wahrscheinlich voll wir nicht das waren aber glaube ich echt die Kano Babys die wir gesnackt haben oder was? ja ja das kann sein